So, jetzt kommen wir gleich zum Parkplatz. Minimal viele Autos da. Der Parkplatz geht hinten noch weiter. Nochmal die gleiche Größe. Mittlerweile haben wir sichtlich die CD gewechselt. Bis hier vorne wird es dann noch voll sein. Und rechts auch noch. Da fahren wir gleich hoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hat sich auch ein bisschen reingeträgelt, aber das macht man ja ganz gerne mal hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017